Ne, Natururin ist schon wieder dran. Ich wollte heute schon wieder hier mit Beinen laufen. Weil heute voll cooles Wetter ist, über 30 Grad. Äh, nutze ich diese Scheiße. Macht jetzt auf meine scheiß dreckige Haut drauf. Und, ähm, uns ein bisschen hier rumschmieren. Mal gucken, wie viel ich heute laufe. Ich laufe um Bremen herum. Und ich hab mein urinfarbiger Oberteil angezogen, den ich gleich bestimmt wieder ausziehen kann. Und weil ich das scheiße finde, so einen scheiß Rucksack zu tragen, dachte ich mir, dass ich, ähm, den Rucksack, äh, und wahrscheinlich weil ich nochmal Bier kaufen werde, äh, hier reinmache in meine Rolltrasche. So, ich hab meine scheiß Schuhe angezogen und jetzt kann man so langsam loslaufen. So, jetzt halb eins, äh, Wanderung starten. Jetzt kommt. Zugelaufen. So, gleich Bier kaufen. Damit ich wieder Bier trinken kann. Endlich wieder Bier trinken. Weil ich grad Bier gekauft hab. Fielt Landschaft gefunden. Fielt Landschaft. Und hier vorne ist Weser. Diesen Weg hier, das ist, da drüben ist Harbenhausen und da drüben ist dieser Rohr mit Dampf obendrauf. Und diesen Weg bin ich mit meinem Kumpel, wo ich letztes Jahr diese 41 km Sauftour gemacht habe, lang gelaufen. Und auch bei Megamarsch letztes Jahr. Megamarsch Bremen, diese 5012, sind wir auch genau diese Richtung hier lang gelaufen. Erst mal Musik anzugelaufen. Und jetzt weiter zugelaufen. Full Fit Boom! Full Fit Boom! Boom mit Fettzdrang! Full Fit Boom! So, jetzt weiter zugelaufen. Äh, hätte ich wieder Bier trinken. Achja, das ist Bier Nummer 4, was ich jetzt aufgemacht habe. Äh, ich habe schon drei Stück voll gerade ausgesoffen. So, jetzt weiter zugelaufen. Äh, hier vorne ist dieser Roland Sienta. Ähm, von Bremen. Äh, da wo die ganzen Outlets sind. So, jetzt diese komische Elbo-Flieg machen. Das war Elbo-Flieg. Oh, Scheiße. Ich hatte mir nur einen Sechser gekauft. Ich habe alle Scheiß-Sechs-Biere, äh, ausgesoffen. Deswegen muss ich schon wieder nach, nach Geschäft suchen. Und dann, bis ich wieder, äh, noch mehr Bier kaufen kann. Ich habe diese komische Nieto gefunden. Und jetzt kann ich wieder Bier kaufen. Äh, gehen. Äh, damit ich endlich wieder Bier trinken kann. Bier gekauft. Äh, sieben Proma. Äh, weil die ein Angebot waren. Äh, und jetzt erst mal wieder Bier trinken. Äh, ich habe aus Zufall einen Calisthenicspark gefunden. Kann ich so ganz gleich ein bisschen Tredig machen. So, jetzt, äh, weiter zugelaufen. 14 km. Feltlandschaft gefunden. Äh, schon wieder Bier trinken. Ja, da drüben ist Feltlandschaft. Äh, könnt ihr ja sehen, ich ja. Ich habe Feltlandschaft gesehen. Zwei Bäume, die aufeinander wachsen. Schon wieder Bier trinken. Hier ist Tor. Äh, aber ohne Zaun. Das ist voll komisch. Ich habe Scheiße gefunden. Ich habe nicht ganz viel Scheiße mit, äh, Urin dran. Scheiße gefunden. So, jetzt weiter zugelaufen. Äh, kurze Gefressen. Äh, hier so ein Schupe-Crossant. Äh, ich habe zwei, äh, Kühlbeutel. Keine Beutel, sondern, äh, Kühlplastik, äh, Dinger. Und, äh, und eine tiefgefrorene, äh, Flasche Wasser, ähm, in meinen Rucksack reingetan. Das hat meine Scheiße Bier, äh, ziemlich kühl gehalten. Das war völlig cool. Ich mag das. Äh, genauso müsst ihr was auch mal machen. Da hat man gekühltes Bier beim Wandern und, äh, und andere Sachen. Und, äh, extra so ein Bier trinken, damit das besser schmeckt. Oh, Scheiße, mein Bier läuft alle. Äh, oh, Scheiße. Ich bin in den letzten 30 Uhr der Ruhe. Prüfen, wie lange ich heute noch laufe. Prüfen, wie viel KM ich, äh, später zu machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, Kühe zu gefunden. Ich bin zu gestreicheln. Kuhgepiegel. Kuhgepiegel. So, meine Scheiße Hand, Stielkoffer, Kuhzunge. So, äh, 28 KM gemacht heute. Jetzt wird das so duble Korb. Ich glaube, ich werde jetzt langsam, äh, auf dem Weg nach Hause machen. Keine Ahnung, wie viel KM das macht, jetzt nach Hause. Mal gucken, wie viel ich insgesamt mache, weil, äh, ich hab die ganze Zeit vorgelaufen. Äh, nach irgendwelche Richtung. Auf jeden Fall, glaube ich, mache ich jetzt mich auf den Rückweg. So, äh, äh, fast 30 KM gemacht heute. Ich finde, das ist voll scheiße. Weil jetzt dunkel kommt langsam. Deswegen finde ich das scheiße, dass jetzt langsam dunkel kommt. Aber ich hab meine Kurpflampe dabei. Und ich hab heute zwei Sechser und ein Bier gesoffen. Also 25 Bierflaschen. Ich hab voll Bock auf noch mehr Bier trinken. Aber mein Bier ist alle. Vielleicht gekurbt, geschäft oder sowas. Und dann wieder noch mehr Bier trinken. Aber jetzt erst mal ohne Bier laufen. Ich hab gleich 13 KM, äh, 30 KM gemacht. Ähm, und hab diese Schleuse gefunden hinter mir. Ja. Ja, Schleuse mit Stein dran. Und hier ist Schleuse mit Balken dran. Da vorne ist Schleuse mit, ähm, Raks dran. Kröte gefunden. Kröte gespringen. Ähm, ich hab gleich 39 KM gemacht. Und, ähm, ich fühl mich immer noch, ähm, recht fit, ey. Und ich hab noch ein Stück zu laufen. Weil ich trinke jetzt schon wieder Bier. Weil ich das kann. Immer weiter zu gelaufen und immer weiter gesurfen. Genau so müsst ihr das auch machen. Bier trinken und weiter laufen. Ah ja, diese Paderborna, diese, den hab ich nur gekauft. Äh, in der Dose. Weil spät und dunkle gekommen. Ähm, und, äh, kein Geschäft in der unmittelbaren Nähe auf hat. Deswegen hab ich bei der Tankstelle diese scheiß Paderborna gekauft. Weil das, äh, da am billigsten war. Ähm, Bier zu kaufen. Bei Oettinger war alle. Deswegen hab ich Paderborna genommen. Und das schmeckt mir auch sogar. Hätt ich wieder Bier trinken. Ich werd jetzt gleich ein McDonalds, ähm, versuchen zu getroffen. Damit ich so ein scheiß Cheeseburger gefressen kann. Weil ich voll Bock hab auf Fressen. McDonalds zu gefressen. Ja, da hab ich grade Burger gefressen. Bei diesem scheiß McDonalds von Ochtumpark. Ich hab 41 Heim gemacht. Jetzt weiter zu gelaufen. Das hat voll schade dran. Wegen dieser dunklen Gekurmen. Aber, äh, was soll man machen? Dunklen Gekurmen und ich muss immer weiter laufen. Bis zum, äh, vielnicht Gekurmen. Ne, äh, 46 km. Weiter zu gelaufen. Ich hab grade in einer Bushaltestelle gepennt. Weil eben grade scheiß Regen war. Und ich bin, äh, weggeratzt. Die letzten drei Stunden ungefähr. Aber jetzt die ganze Zeit weiter zu gelaufen. Bis ich, ähm, angekommen bin. Ich wollte auf dem Weg nach Hause sein. Aber das dauert noch ein bisschen. Äh, bin ich gespannt wie viele Keime es am, äh, 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 zum Schluss mache. Es ist kurz nach vier und ich hab meine Schatz-Kurflampe angezogen. Äh, damit ich, ähm, besser, besser sehen kann. Äh, 48 km heute gelaufen. Äh, jetzt noch, ähm, nicht mehr lange. Dann bin ich angekommen. Äh, zu da, wo ich hin will. Zum Zielort. Äh, äh, voll cool Zeitung aus, äh, Austräger. Fußschmerzen. Fußschmerzen. Nochmal Fußschmerzen. Ich hab schon mehr als 50 km gemacht. Haha. So, weil ich gleich da bin. Sag ich jetzt erst mal, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Äh, euer scheiß Natururin. Ganz versuche ich, bis zum nächsten Mal. Guck. Guck. General. Guck. 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 Vielen Dank.